Willkommen zu Let's Play GT Academy 2013-Let's Play GT 6 Demo, hier bei TROVDU und wir widmen uns heute der vierten Übung, dem vierten Sektor des Silverstone Grand Prix Circuits und wir gucken uns natürlich vorher die Online-Ranglisten an, wie momentan hier die Freunde so stehen, GTA 13 Drift auf 1, Red Bull Geil auf 2, Toyota WD auf 3 und DOOMY 98 auf 4. Mehr Leute haben noch nicht teilgenommen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und wir legen einfach mal los. So, den Abschnitt kenne ich noch nicht, im Gegensatz zu den anderen hatte ich das mal nicht aufgenommen. Es wird also nochmal eine ganze Ecke spannen da. So, wir sehen eine Zielzeit, natürlich eine goldene Zielzeit, in Höhe von 35,8 Sekunden. Die Online-Bestzeit liegt bei 33,8,2 Sekunden vom GT Adam, den haben wir mindestens in einem anderen Abschnitt auch schon als ersten gesehen. Der scheint es also drauf zu haben, der scheint ein richtig harter Kandidat zu sein für die GT Academy. Wir legen los. Ich kenne den Streckenverlauf nicht, ich muss mich da einarbeiten. Los geht's. Direkt mal schalten vergessen. Oha. Beste Kurve ever. Da vorne ist ja schon die Start und Zielgerade, das geht ja schnell. Mann, ich habe hier nur auf einem Ohr den Sound. Ich hasse mein Kabel. Okay, da muss ich noch mehr einlenken. Ich fahre einfach mal weiter. Oder auch nicht. Dann geht's hier in eine Schikane. Boah, hier kann man sicher nicht so viel Zeit gut machen, wenn man die richtig fährt. Oha. Dann ab auf die Start-Zielgerade. Okay, versuchen wir es einfach mal, einmal durchzubringen, damit wir einen Geist haben. An dem Geist können wir uns von orientieren und hochhangeln. Bis sonnendlich halt immer viel, viel weiter. Und dann gehen wir später. Ja? Musik Nein. Shit. Ich meine, das wäre jetzt kein Gold gewesen, aber zumindest ein Geist wäre es eigentlich gewesen. Dieses Kabel suckt so hart, wenn ich es auseinanderstrecke, dieses Spiralkabel, dann kann ich mich hören. Aber das zieht sich natürlich auch immer schön von selbst zusammen. Dann höre ich wieder nur auf einem Ohr. Mann, ich denke, man hat ein bisschen mehr Grip. Grip, denn ich bin hip. Oh, zu spät gebremst. Auch geil ist, wenn das Kabel die ganze Zeit hin und her wechselt zwischen Mono auf einem Ohr und dann habe ich es auf einmal doch auf beiden Ohren und dann wieder nur auf einem Ohr und davon kriegst du voll die Orientierungsprobleme. Ja, zumindest nicht rausgefahren, immerhin. Zumindest den Scheidepunkt verpasst, immerhin. Und perfekt eingeparkt. So müsste ich das machen. Shit, Mann. Nein. 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 Nein! Also das ist echt interessant, ich hatte ja nach dem Reveal Event auf dem Silverstone Circuit so einige Rennberichte von Leuten gelesen, die halt meinten, ja, man muss viel vorsichtig auf dem Gas sein und gerade in der letzten Kurve auf die Stahlzielgerade hin haben sich voll viele rausgehauen Also halt auch so Leute wie dieser Lukas Ordonez, der ja voll der Skiller ist und so, bei der GTA Academy gewonnen hat und seitdem Preise abräumt ohne Ende Und ich hab halt gefragt warum, weil die Kurve gar nicht mal so kompliziert aussieht aber anscheinend hat die echt wenig gerippt, da wurde ich ja bisher auch immer rausgetragen Nein, nicht abkürzen Ja, ich bin durchgekommen, at least eine Zeit So, zumindest schon beim Ziel, das ist schon mal, ne? Die applaudieren dann für Silber und mein Gott, müssen sie nicht tun Gold ist unser Ziel Eine Sache, die sie wenigstens sehr schön verbessert haben ist die Tatsache, dass man jetzt direkt auf Neustart gehen kann und nicht immer erst diese Kacksequenz sieht wo man die Trophäe überreicht kriegt Das hat mich an den Lizenzen und so immer übelst gestört Du fährst ins Ziel und kannst dann nicht erst neu starten, sondern musst entweder eine halbe Minute warten oder so, genauso wie bei den Vetteldingen oder auch immer eine halbe Minute warten musst, bis der Kerl endlich mal losfährt Das bringt dann halt auch wirklich aus dem Flow raus Schade, Kurveneinfahrt war gut, danach hab ich vergackt Hehehe, da hat der Kerl mich rausgehauen, der Arsch Shit Wow, das war ziemlich gut Zumindest für die bisherigen Verhältnisse Das war zu früh gebremst Nein! Gut, nicht ungültig Gold, ja, Gold Gold So Jetzt hab ich die Zeiten der anderen vergessen, da guck ich nochmal eben kurz nach Speicher direkt mal auf die schnelle die Wiederholung Ach! Nur 23.457. Das ist natürlich nicht gut Lad mal das Menü, so das ist das Menü Ich speicher kurz die Geistwiederholung Und gleich wird die Anzeige im Hintergrund umspringen und uns die Freundesrangliste zeigen Wo stehen wir? Da kommt die Freundesrangliste und wir sind auf Platz 3, eine halbe Sekunde hinter Gate 13 Drifto Das lassen wir nicht so auf uns sitzen Los geht's wieder Na, genau so gut durch die erste Hier hab ich dann Zeit verloren auf jeden Fall Na, viel besser ist das auch nicht Ah, das war besser 35.144 Das ist nochmal eine bedeutend bessere Zeit, deshalb hab ich mir die absoluten Zeiten nicht gemerkt Weiß nicht wie viel wir aufgeholt haben, vielleicht schaffen wir es noch unter die 35 Na, langsamer Ich gebe die erste Kurve Wir nähern uns der Schikane an Zu spät Das ist echt krass, sobald du auf irgendeinen Curb kommst oder so kannst du knicken, dann ist echt Ende Das war bei GT5 ja eigentlich nicht so, da hattest du fast genauso viel Gruppe auf den Dingern wie auf der Straße Fuck 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 Nein Boah, der Kopfhauer geht mir so auf den Sack, ne? Boah, zur nächsten Aufnahme hin wechsle ich auf meinen In-Ears Das ist echt so ein Dreck mit dem Scheiß Kabel, ne? Also kauft euch bloß kein Kabel von Amazon Basics, sie sind Dreck Sie werden nicht verbremst, da sind wir raus Mann, ich möchte hier aus der ersten Kurve wirklich nochmal ein bisschen Zeit rausquetschen Ansonsten liegt natürlich die restliche Zeit in der Schikane, das ist ganz klar Die muss man wirklich extrem gut treffen Ist halt so die Art von einer Schikane Eine sehr schwere Kurve zu sein Was ich ein bisschen schade finde ist, dass die Uhr auf der linken Seite immer 16 Uhr anzeigt Man hätte da ruhig so ein Gimmick machen können wie in Metro Last Live, wo die Uhr immer dieses Cleanside angezeigt hat Hätte man hier auch sagen können, dann wird er jetzt 16 Uhr 25 stehen Beziehungsweise gleich 16 Uhr 26 So, der Geist ist ungefähr auf unserer Höhe Das war zu früh gebremst Ich bin doch schon vom Gas gegangen, einfach nicht genug Nicht genug 1 1 Go Nein, nicht darauf Es sollte so einen Shortcut geben, dass man, wenn man Start drückt, direkt auf Neustart kommt Wenn man dann X drückt, dann höre ich eine andere Taste Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, aber ich glaube da bin ich der Einzige, der sich sowas wünschen würde Hm, eine Runde umgeltig, ich fahre trotzdem mal weiter Hm, eine Runde umgeltig, ich fahre trotzdem mal weiter Okay, lass uns überall in die Außenbereiche fahren Boah, voll die realistischen Unex-Sounds wieder Vielleicht wird das noch geändert, vielleicht sind das einfach nur Platzhalter-Sounds Kann natürlich sein, klar Aber ich denke mal das bleibt so, denn auch auf Schadensmodellen wird ja kein Werk gelegt im GT Warum dann auch Schadensgeräusche Mist, da hatte ich jetzt meine etwas höhere Geschwindigkeit glatt unterschätzt Also noch ein Neustart, yeah, ich will nicht genug von solchen Neustarts Ja, kürzen wir ab, ich weiß, ich weiß Lass uns die Werbung umfahren So, ich würde sagen, wir machen noch 5 Versuche, dann reicht es auch für diese Folge Dann mache ich eine kleine Pause, eine Session-Pause und dann mache ich wieder heute Abend oder vielleicht noch morgen Die große Herausforderung, die gesamte Strecke Und ich sehe es schon kommen, ich werde die ersten 3 Sektoren relativ brillant abliefern können Und dann kommt dieser hier Und ich verkacke und ich verkacke und ich verkacke Das muss einfach so sein, das muss natürlich der letzte Sektor sein, in dem ich am schlechtesten bin Wobei ich natürlich jetzt auch nur, so schlecht sind vor allen Dingen, so schlecht bin Weil ich hier versuche noch was rauszuholen an Zeit Und ich weiß, dass gerade in der Schikane noch so viel Zeit steckt Wenn ich hier auf Nummer sicher fahren würde, dann würde ich hier eine 36er Zeit oder so fahren Für diesen Sektor Aber ich möchte ja unter die 35 gerne kommen So, ich habe jetzt nicht mitgezählt, ich sage einfach nur noch 3, weil ich gerade eben geredet habe Und reden, fahren, zählen, das geht hier alles gleichzeitig Ah, und so ein Dreck Die erste Kurve, die war irgendwie so gut, dass ich da nicht mehr dran komme Und ich stehe nicht mal viel auf dem Gras Ich stehe nicht mal viel auf dem Gras Ich stehe nicht mal viel auf dem Gras, das war irgendwie Halbgas oder so Mehr war es nicht Yeah Yeah, endlich mal ordentlich Und jetzt weiß ich nicht wann ich bremsen muss Also brems ich zu früh, obwohl so früh war es gar nicht Nein, das war zu sehr Fuck Nein Tod So, letzter Versuch Meine Freunde, letzter Versuch Und dann gucken wir uns nochmal die Gesamtplatzierung an Und die Freundesplatzierung Ach komm, Strecke verlassen, sei mal nicht so hart Als ob ich da absichtlich rausfahren würde, das kostet doch mehr Zeit als es mir bringt Ja, und er war dann weg Es geht auf jeden Fall besser, aber ich bin grad nicht mehr in der Lage das besser hinzukriegen Deswegen verlassen wir die Herausforderung an dieser Stelle Warten einmal kurz auf den Ladebildschirm Unter den Top 6000 weltweit, das ist auch noch eine ganz ordentliche Leistung Die Geistwiederholung wird natürlich gespeichert Gespeichert Und unsere Freunde sind alle hinter uns Yes, wir sind vor GTA 13 Drifter und den anderen So muss es sein, also bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Liege ich allen vier Sektoren Vor meinen Freunden und Abonnenten Die in meiner Freundesliste sind So, das war es jetzt also für diese Folge Und in der nächsten Folge dann die sensationelle ganze Runde Und da werden wir uns sicherlich mehrere Folgen dran aufhalten Wie ich mich da schlagen werde Das seht ihr dann halt morgen oder sonst wann Ich weiß ja nicht welcher Tag das gerade ist Auf jeden Fall bis dann, tschüss!